Stossen Sie an den Ring zu mir, um die Energiesignatur der Lade zu scannen. Ich habe mal eine neue Folge. Titanfall 2. Ich nehme sie zurück zum Beat. Oh, da ist das Viech. Ich höre dich. Falsch, wir müssen legen. Falsch, wir müssen einwachen, Männer! Falsch, wir müssen das? Falsch, wir müssen jetzt noch einwachen. Falsch, wir müssen uns das auf diesen Leckert bord! Falsch, wir müssen uns gehen! Nicht, nicht! Kann das sein, dass die Tiro gegen Ankämpfe, die verschiedenen... Nein, wurde aktiviert. Jetzt weißt du, es sind einfach zwei... ...verschiedene Gegner-Spektrum hier. Das ist aber alles voll von denen. Ich kriege die Viecher dran. Machen sie aber dann gar nichts. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich sehe. Was kämpfen die gegen die Androiden hier noch nebenbei? Ich bin jetzt nur ein bisschen verwirrt, wenn wir immer die Seiten wechseln. Oh nein, die kämpfen gegen sie auch noch. Ich habe nicht den Kontakt verloren. Wie kommst du aus? Ich habe ihn gefunden, den ich einfach nicht... Lass dich fliegen! Er darf nicht in den Kopf! Aufpassen! Ich kann dich einhalten! Komm, komm! Ich kann dich einhalten! Komm, komm! Ich sehe das hier nicht mehr! Ich habe die Steuerung für die Brücke zu den Ringen entdeckt und auf ihrem Hub markiert. Die verbliebenen Sicherheitssysteme sind angesichts ihres Verhaltens in der Vergangenheit auch in der Gegenwart nicht gut auf uns zu sprechen. Ui! Wo ist mein... Ist jetzt der in einer anderen Zeit? Nein, hier ist er. Kann ich jetzt mit ihm zusammen auch... Der Zeitpreiser... Ja... Ja... An... Ich habe die Steuerung der Brücke auf ihrem Hub markiert... Ich habe die Steuerung der Brücke auf ihrem Hub markiert... Ich habe jetzt Maschinen gewehrt... ...und die Brücke aus und die Umgebung der Faltwaffe explodiert... Was machen wir denn? Aber zuerst möchte ich hier die Gegner rum... Als es da noch welche sind... Da ist eine Wenger-Klasse! Wo kam der denn her? Irgendwo sind ja die Mech Die stecken da aber gut in gegen die, die Die sind nicht mehr Spreng sie es dir weg! Spreng sie es dir im Aktivieren! Super! Voll im dümmsten Moment Die Idee noch nicht aufgeschossen Ich habe die Steuerung für die Brücke zu den Ringen entdeckt und auf ihrem Hartmann hier! So gut! Ich habe keine Chance, das ist ein bisschen fies. Ich habe jetzt wenigstens eine Mini-Batterie, die sieht anders aus. Sie sind auch grün. Dass man mehr Energie hat, kann man mehr machen mit längeren Wallruns und solche Sachen. Ich habe die Steuerung der Brücke auf Ihrem Hut markiert. Fahren Sie die Brücke aus, bevor die Testumgebung der Faltwaffe explodiert. Ich habe die Brücke auf Ihrem Hut. Ich habe die Brücke auf Ihrem Hut. Energie ist weg. Weisst du mir, wie immer. Jetzt ist ein Viech. Der kann es auch drucken. Sieht so aus. Ich komme aber mit ihm nicht rein. Selber das Spiel doch nicht. Weiss auf die Sicherheitsprotokolle. Starten Sie den Test los. Verstanden. Der Eindringling darf die Lade unter keinen Umständen... Oh, muss da länger. Ich habe die Steuerung für die Brücke zu den Ringen entdeckt und auf ihrem Hub markiert. Ah, geil. Das Hackermesser. Ich weiss nicht mehr, wo er ist. Ähm... Schöpfe. Ich brauche ihn. Wo ist mein Mech? Ich will eine Zeit haben. Ähm... Ich glaube in einer anderen. Aber wo ist er? Da ist er, oder? Du? Steuerung nie natürlich. Wichtig. Die Waffensachen. Schaden festgestellt. Das ist kein Schaden gegen eine Fache. Ich glaube in einem Moment. Pilot, wir müssen die Mission fortsetzen. Nähern Sie sich dem Zentrum der Regeln soweit wie wir tun. Und nicht so geil, diese Waffen. Aber für fleischliche Gegner machen sie weg wie nichts. Nichts dagegen hier, bitte. Sie müssen sich dem Zentrum der aktiven Ringe in der Vergangenheit soweit es geht näher. Oh, das ist ja... Lasersystem bereit. Jetzt hat es zu lange gebraucht. Bitte. Uh, da steht... Zeitstärke. Töten kannst du so nicht mehr. Du hast mich ja alle Ewigkeiten in die Fressenboxen einfach. Krass. Ein Ding geht auch nicht mehr. Ist das heftig. Das ist so krass. Du gehst dir unter ein laufendes Schlachtfeld durch. Echt? Ich weiß nicht, wie das wieder läuft. Ich weiß nicht, wie das wieder läuft. Ich bin im Kern. Ich bin im Verwösten. Du bist so krass. Das ist es so krass. Das ist perfekt. Ich bin es krass. Und es ist so krass. Ich bin es krass. Ein Ding triff. Gute Arbeit Pilot, Scan abgeschlossen. Laut Anderson hat die IMC vor, die Milizplaneten Harmony mit einer effizienteren Version dieser Waffe zu zerstören. Cooper, unsere Reise ist noch lange nicht vorbei. Die Flotte braucht diese Daten. Aber leider dürfen wir nicht mehr in der Zeit reisen. Interstellarsender. Dillon Cooper, Anderson ist tot. Doch wenn wir den Kontakt mit der Flotte wiederherstellen, können wir seine Mission abschließen. Der Interstellarsender dort kommt wie gerufen. Und wenn wir nicht rechtzeitig dort sind? 40 Millionen Seelen auf dem Planeten Harmony sind verloren. Wir müssen SRS-Kommando Sarah Briggs informieren. Doch mal wieder raus, Mission. Finden die Planeten noch cool, dann? Pilot, der Sender ist genau vor uns. Scans melden minimalen Energiefluss. Reparaturen werden nötig sein. Mehrere Kontakte in 300 Metern Entfernung. Feindkontakt bestätigt. Die Stalker haben offenbar Befehl, den Kontrollraum zu attackieren. Achtung! Der Nebel enthält Spuren giftiger Chemikalien. Was ist der Nebel? Scan. Der Bodennebel ist ein toxisches Nebenprodukt des Senders. Ich empfehle Ihnen, ab einem Grenzwert von einem PPM Wolfram Hexafluorid-Schutz im Cockpit zu suchen. Piloten, im Kontrollraum des Senders halten sich Milizeinheiten auf. Sie senden ein Notsignal. Ich stelle durch. Hey da draußen! Pilot! Hören Sie uns! Wir könnten hier ein bisschen Hilfe brauchen! Sie können sich nicht mehr lange aufhalten! Wir brauchen Ihre Rätsel! Wir brauchen Ihre Rätsel! Sie sind ein Androiden, wenn er das nicht tut. Ich empfehle, Sie helfen bei der Neutralisierung dieser Stalker und nehmen dann direkt in Kontakt mit den Milizschützen auf. Ich weiss einfach nicht, ob ich jetzt so wagen in diesen Augen hinein. Sie können sich nicht mehr lange aufhalten! Wir brauchen Ihre Hilfe! Over! Da ist sie hier. Praktische Option. Niedertrampeln. Ist das korrekt oder da aufweide? Die Gegner zerquetschen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nicht mies. Bedrohung neutralisiert! Gute Arbeit! Der Sieg hat unsere Kampfleistungsbewertung erhöht! BT-7274 an Miliztruppen! Alle Bedrohungen wurden eliminiert! Sie haben uns den Ars gerettet! Die Stalker waren einfach nicht tot zu kriegen! Lange hätten wir nicht mehr durchgehalten! Wir öffnen jetzt die Sprengtüren! Kommen Sie rein! Was ist auf der anderen Seite? Was ist das hier? Was ist das hier? Wir versuchen den Sender über den Kontrollraum zu aktivieren! Machen wir uns dorthin auf den Weg! Ja, gehen wir nach! Ich bin nur noch mal interessiert, was ist das? Ist das irgendwie? Ja, da müssen wir nachher noch. Ich habe dir letztlich viele Spiele gespielt. Wenn du die falsche Tür hinein bist, bist du nie mehr zurück. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Pilot und sein Tatsen sind im Aufzug. Mein Koch, holen Sie sie raus! Pilot, ich empfehle ihn auszusteigen. Captain, wie ist der Status des Senders? Der Strom ist ausgefallen. Wir haben keine Kontrolle über den Sender. Wir brauchen so ein Teil, um das System wieder in Gang zu bringen, aber das hier ist kaputt. Gerät, Elektro-Tool. Funktion, erzeugt bis zu 5 Megajoule Energie. Ja, ja, schon klar. Eine Reparatur? Geht nicht, haben wir schon versucht. Laut unserer Sensoren liegt im Umspannwerk noch eins, aber da kommen wir nicht runter. Dieser Laden wurde einfach nicht für Menschen gebaut. Verstanden. Pilot Cooper, ich rate im Umspannwerk, diese Anlage zu höchster Vorsicht. Sie müssen das Elektro-Tool werden. Viel Glück, Sir. Wir haben da unten schon zu viele Männer verloren. Ich dachte, seit der Verschwörung von Demeter fehlt uns der AMC am Nachschub. Wir haben eine Menge... Viel Glück, Pilot. Glück, das brauchen wir da nicht. Wir müssen Anders und seine Mission zu Ende führen. Marvin Delta 733, bitte melden Sie sich in Sektor Brabusier. Wir tun hier unten, was wir können. Wir sollten den Laden einfach versiegeln und vergessen. Das ist deine Antwort auf alles, Barry. Hm, ich kann die wechseln, hm? Pilot, wir erwarten weitere Stalker. Wir halten Sie auf, aber bleiben Sie nicht zu lange weg. Es geht langsam die Munition aus. Die Soldaten. Stalker. Vielleicht kommen wir aus der Nummer ja doch nebentraus. Oh, ich habe nicht alle umgebracht. Das Mail ist... Von ein paar Stunden auch da langgegangen. Kam nicht wieder. Seien Sie vorsichtig. Pilot, ich überwache Ihre Fortschritte über Ihr Hand-Display. Der Kanal ist offen, falls Sie Hilfe brauchen. BT, was ist mit den Wänden los? Scannen. Freiliegende Stromkabel. Meiden Sie physischen Kontakt und rücken Sie vorsichtig vor. Okay. Uff. BT, was mache ich hier eigentlich? Ihre Mission ist die Beschaffung eines Elektrotumstums. Damit können wir Energieversorgung reaktivieren und den Sender neu starten. Ich habe seine Energiesignatur im Inneren des Umspannwerks geortet. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Ich bringe jetzt hier die Kollegen nicht um. Das kann lustig werden hier, oder? Das kann ich nicht um. So. So. Damit jetzt nochmal was rat wird. Ich bin ein wenig unsicher, wo es ... Ich komme von hier, muss aber hier weiter. Ich denke mal. Zuerst dachte ich, ich komme wieder zurück, aber so komme ich auf die andere Seite. Ich bin ein wenig zu sehen. Softball. Ich bin ein wenig zu sehen. Ich bin ein wenig zu sehen. Ich bin ein wenig zu sehen. Das ist nicht so, oder? Ich bin ein wenig zu sehen. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. Ich weiß, es wäre eine hinter mir, aber das ist ihm nicht. Das wäre eine hinter mir, aber das ist ihm nicht. Ich schaue mal hier. Das könnte lustig werden. Ich habe mal wieder einen Helm gefunden. Dass es natürlich viele blaue Lichter hat, kannst du so schnell mal übersehen. Hier ist der Bodenstrom. Ich kann hier nie abstehen. Ich kann hier so weit auf der Wand laufen. Uiuiui. Das Problem war ein bisschen zu hoch. Das war ein bisschen zu hoch. Das ist wieder so eine tolle Stelle. Das zeigen wir mal. Dasselbe wie immer. Ich muss einfach nicht in Strom hineinjumpen. Ich komme nicht mehr auf die Höhe. Ich komme nicht mehr auf die Höhe. Ich bin nicht mehr auf der Wand. Ich bin nicht mehr auf der Wand. Ich bin nicht mehr auf der Wand. Da habe ich schon Mühe nach dem ersten Wechsel noch Tempo aufzubauen. Dass sie da irgendwie rüberkommen. Das schaffe ich schon nicht. Irgendwie... Das schafft das ganz easy. Aber ich verliere sogar das Tempo nach ein paar Metern. Stürze dann ab. Wenn ich zu früh springe, passiert das. Dann komme ich nicht mehr auf die Höhe, wo ich müsste. Dann bin ich wieder zu hoch, dann bin ich wieder zu tief. Rennen, rennen, rennen. Und dann rüber. Das Problem ist, da auf die Höhe zu kommen, wo ich möchte. Und etwas mache ich aber falsch. Ich weiß nicht, ob das Blick richtig ist, der muss ausstimmen. Was ist das denn? Und ein Auftrieb. So sieht es aus. Ich habe ja nicht ganz so weit wollen. Ich würde gerne da rein. Oder auch nicht. Jetzt kommen wir nicht auf die Höhe. Ich habe ja nicht mehr. Ich habe ja nicht mehr. Anomalien ist bestellt. Organe. Inne Switche. Überbrückung erfolgreich. Abluftventilator offline. Keine Angst. Ihr Jump Kit wird im Verlauf. Au. Hier ist es nicht überlebt. Ich finde das Elektro 2. Dann ist es nicht überlaut. Dann ist es collapse. Huh. Wir müssen jetzt noch diese Webseite rein. Wir müssen auf die Ecke. Wir müssen Torben an einigen. All right, tack.